Der hat das beste Angebot gemacht. Da bin ich raus. Luca! Von deiner Unterschrift hängt jetzt alles ab. Lass sie nicht in deinem Kopf. Als meine Mutter vor drei Jahren starb, wurde mir zum ersten Mal klar, warum Infinitalk die Welt verändern wird. Weil es im Leben hauptsächlich um zwei Dinge geht. Irgendwas stimmt hier nicht. Mit dem Vertrag, mit Lindy. Lass uns einfach verschwinden. Jetzt, sofort. Luca ist weg. Was meinst du mit Luca ist weg? Und zwar nicht um Karriere oder Geld. We can't imagine the opportunities we'd have, if we co-operated. Luca Durand hat nicht unterschrieben. Sie war gegen unser Geschäft. Jetzt ist sie verschwunden. Von! Sondern es geht um Liebe. Und um Zeit. Das kann ich sein, das ist nicht real. Die Liebe macht das Leben sinnvoll. Und die begrenzte Zeit, die man hat, macht das Leben wertvoll. Und zerbrechlich. Die Wann. Die Wann. Oder? Wie geht es?